Wir schauen auf die Uhr, unser kleines Rock'n'Roll ist ständig ein, neigt sich langsam im Ende entgegen. Wir können natürlich noch ein bisschen spielen, wenn ihr bereit seid für Rock'n'Roll. Ich meine, es ist noch hell, es ist Sonntag und wir wissen, es zieht eine Atmosphäre rüber vom Red Bull Stadion, die natürlich es schwer macht, Rock'n'Roll zu spielen. Ihr seht das ja auch total diesig, dass eine Wolke kommt aus dem Red Bull Stadion, wir haben heute ein Helene-Team. Auf jeden Fall wollen wir mal gucken, ob wir das wegkriegen, wenn ihr bereit seid für Rock'n'Roll ist, seid ihr bereit? Auf jeden Fall wollen wir mal gucken, ob wir das wegkriegen, wenn ihr bereit seid, auf jeden Fall wollen wir mal gucken, ob wir das wegkriegen, wenn ihr bereit seid, auf jeden Fall wollen wir mal gucken, ob wir das wegkriegen, wenn ihr bereit seid, Untertitelung. BR 2018 So Freunde, das war für mich ganz schön anstrengend, ich hätte fast geschwitzt. Wenn jemand jetzt frieren sollte, dann könnte ich jetzt aktiv dagegen arbeiten. Wer friert? Das wird das Handzeichen. Doch, da hinten. Einer. Vielleicht das Bier vor der Warmbruch in Form eingießen. Auf jeden Fall, ich möchte euch jetzt nochmal eure Hände bieten, Freunde. Wo sind die Hände? Vor die Hände. Hinsburg, links, links.